Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play ähm, Survival Games zusammen mit Pussy & Flo und joa, wir sehen uns gleich noch ein Intro Ja und jetzt geht's weiter, ähm, wir zocken Survival Games äh, keine Ahnung Und ja, wir... Äh, wir rennen in die Mitte, oder? Ja, na klar, rennen wir in die Mitte Ja, ich hab Schwerter, ich hab Schwerter Junge, ich hab gar nichts, ich hab einen Pilz Hey, jetzt kommt, jetzt kommt Zwei Kannst du mir ein Hit abgeben? Ja, ja Ja, mir auch, mir auch Nein, ich hab nur eins Oh, Mann! Boah, kann ich dich jetzt schon schlagen, ey, das hast du verdient Schööööön, Jungs Naja, nicht so gut. Ja, eine Kettenrisse. Aber irgendjemand hat mal den... Ähm, Babucci. Hat jemand was zu essen, weil ich hab nur einen Pilz. Ich hab auch Hunger, aber... Ja, ich hab einen Kürbiskuchen, aber den brauch ich selber. Da hängt sich ein Larm. Ja, ich auch. Äh, zack. Cool, ich nicht. Ach nein. Oh, Mann. Pasti, hier ist jetzt deine Pilzsuppe. Wie geheimnisvoll. Ja, klar, dann sammelt's doch schon wieder auf. Hey, LOL, hier kann man nicht mehr raus. Korsi, du ruf. LOL, hier kann man eh nicht mehr raus. Echt jetzt? Ja. LOL, scheiße, wir wurden heftig genannt. Okay, äh, Jungs, ich würde sagen, keine Failaufnahme. Die hängen wir jetzt vorne ran. Ohne Spaß. Alter. Ja, toll, ich hab mit einem Erd überlebt. LOL. Boah, dieser scheiß Pasterde, ey. Wenn ich den jetzt noch snack, dann krieg ich von euch 100 Euro. Nee. Pasti, ey, du bist so ein Scheiß-Obscher. Ja, wer hat denn da rausgekommen? Fuuuuck, nein. Okay, ich krieg keine 100 Euro. Ja, aber ehrlich, das war so failing, das muss unbedingt. Das muss echt, äh, ja, okay, jetzt geht's dann gleich weiter. Ciao, Leute. Ja, und jetzt geht's weiter mit den Survival Games und wir spielen hier auf dem... Und wir fehlen gleich schon wieder, um das fortzustellen, weißt du? Ja, wir spielen Survival Games 4 von Varayde, ey, bitch. Flo, du bist so ein Lappen, ey, du klaust mir meine ganzen Items. Kommt ihr? Ja, unsere Standardroute, unsere... Ah, da ist jemand mit Axt, böse. Unsere Standardroute. Standardroute. Ja, ich faus schon ab, also, äh... Ja, ich werd schon verfolgt und schon gedamaged, ey. Toll. Einfach mal, äh, ins Prose. Scheiße, bei uns, vor uns ist einer, wenn wir zu den Chests kommen. Scheiße. Flo, wirst du immer noch verfolgt? Äh, nee. Wo bist du? Ja, unsere Rute. Okay, ich bin letzter. Alex, ey, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir, nicht erschrecken. Okay. Ey, du gibst mir das Steinschwert, du Lappen. Nö. Alter. Boah, so richtig. Pass dir auf. Oder you got no Items. Boah, pass du. Boah, du perfekter Uhrensohn. Ich würd sagen, das war's heute. Scheiße, jetzt noch alle 15 Rival-Games rund, als 15 Minuten Video hochzuladen. Leute, wir sind das so scheiße. Oh, Mann, ich sag's, ey, ganz ehrlich, weil einfach... Oh, Mann, nur... Oh, ich... Ich würd sagen, es war's heute mit der Runde. Die war so extrem failig. Ähm, ja, unser Kanal... Vielleicht hängen wir noch eine Runde hinten dran. Echt nicht. Ne, es war jetzt die letzte, weil sonst brauch ich wieder 5 Stunden zum Uploaden. Ähm... Unser Kanal ist eigentlich nur zum Fällen da. Ach ja, wenn ihr schon mein neues Theorie-Video gesehen habt. Und wenn noch nicht, dann schaut es euch mal an. Es ist sehr noobie. Ja, klar, was erwartet ihr denn von Alex? Ist echt so. Echt nicht. Weißt du, Alex, du kannst gar nix. Weißt du, Pazzi, du bist scheiße. Äh, nein. Weißt du, Pazzi, du steckst dir einen Pommes in den Arsch und sagst, eigentlich hab ich meine Barbecue-Sauce. Ist so. Junge, hallo. So hat Style. Pazzi, deine Pommes schmecken scheiße. Deine Pommes schmecken scheiße. So, wenn man eine Dose Pommes, würde ich jetzt mal sagen, ne. Eine Dose Pommes. Zweck, kätest du mich gerade? Eine Dose Pommes for the world, sag ich da nur. Hipster, ich geb aber noch auf. Ja. Ich bin auf Hipster, yeah. Hey, hier, Hipster-Junger. Ah! Ah! Da haben sie mich aber gerade schön genutzt. Oh, ich würde sagen, das war's jetzt mit der Runde und tschüss, Leute. Ja, also tschüss. Ich sag jetzt da nur nix mehr, weil das regt mal so auf, also dass ich die Survival Games nicht gewonnen habe, da gibt's ja gar nix mehr zum Sagen. Ja, der bayerische Dialekt, der bayerische Dialekt, der mag ich so gern, dass ich da gar nix mehr an was sagen will. Also, servus, light und bis zum nächsten Mal, schaut euch unser COD-Gameplay aus. Seins. Sehr nur, wie von mir zockt, aber richtig geil. Vor allem, wie ich... Alex, halt die Fresse und beende die Sprache. Vor allem, wie ich aufnehme. Halt die Schnauze! Nein, ciao, Leute.